Ja, hi da draußen. Willkommen. Oder drin. Ja, bei dem Wetter ja draußen. Ich habe eine total beschissene Allergie auf diese Pollen, die hier rumfliegen, aber wir machen trotzdem ein Video. Nämlich zum... Clash. Dein dämonisches Auge. Das ist mein dämonisches Auge, ja. Aber ist mir wurscht, machen wir jetzt trotzdem, weil uns kann ja nichts jocken. Euch kann offensichtlich auch nichts jocken, deswegen habt ihr ja die Videoreihe Clash of the Fansides. Nee, for the win. Für Clash of the Fansides. Für Clash of the Fansides, ja. Und was wir heute vor allem machen wollen, ist euch ganz viele Outtakes zu zeigen. Ja. Und ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar... Es gibt Fragen. Welche Fragen? Sind wir wirklich so schlecht im PvP? Ja. Ja, sind wir. Eigentlich schon, ja. Wir haben das nicht gespielt. Nicht ganz gespielt. Das liegt aber auch daran, dass wir alle im letzten Jahr wahrscheinlich kein einziges Mal eine Arena von innen gesehen haben. Da fehlt auch die Übung rein. Ja, genau. Wir können sagen, die Leeroy Jenkins Szene, die war gestellt. Also es war Absicht, dass wir dabei drauf gehen. Wir hatten sogar einen Take, wo wir anderthalb Minuten lang versucht haben, dabei drauf zu gehen. Hat aber leider nicht funktioniert. Und wir haben das Match sogar noch gewonnen. Genau. Das stimmt, ja. Das war tatsächlich eine der schwersten Szenen, die zu drehen waren. Ja. Es hat, glaube ich, drei oder vier Matches Anlauf gebraucht, bis sie mal so funktioniert hat. Also es war echt das beste Match eigentlich, wenn man sich das überlegt. Vielleicht war die Taktik auch richtig. Ja, also wir sind schon nicht so besonders gut im PvP. Stimmt. Wir haben echt lange nicht PvP gespielt. Aber wir haben ja die Annette hier. Das ist unsere PvP-Expertin. Und der Björn, der das ganze Video ja gedreht hat und auch die ursprüngliche Idee dazu hatte und das Konzept entwickelt hat. Und was wir zwar geil finden übrigens. Björn hat es gut gemacht. Unser Kameramann und Schnittmensch und so weiter. Der kann auch gut PvP. Du geile Sau. Ja. Aber wir können besser schauspielern als Björn. Deswegen machen wir das und Björn kann besser filmen und schneiden als Björn. Das halte ich ja für ein Gerücht. Genau. Es sollte ja auch primär Spaß machen und ich glaube, wir hoffen einfach mal, es hat Spaß gemacht. Ja. Also ich würde sagen, die Leute haben sich darüber gefreut. Wenn ihr noch... Genau an der Stelle auch, schön, dass ich unterbreche, aber vielen Dank für die vielen positiven Kommentare. Sehr aufmuntert. Ja. Und ja. Schauen wir mal, ob wir in Zukunft nochmal so einen Anlass finden, so hübsche, aufwendige Videos für euch zu machen. Richtig. Das war eure Lieblingsszenen. Also meine war die Schurkenszene mit dem grimmigen Layouter, der da steht. Und siehst du jetzt, jetzt haut ihr ab, damit ihr die ins Video kommt. Sehr schön. Ich fand die Arena Nanny kommt in Büroszene tatsächlich am besten, weil da musste ich mir auch schwerstens das Lachen verkneifen während der Dreharbeit. Ja. Ihr müsst mal auf zusammen im Hintergrund achten. Ist total abgefahren. Ein Insider. Ja. Gut. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit den Outtakes. Jo. 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 nutzlos bin ich altvater winter oder wie man in pvp aussieht mit dem kann man nicht arbeiten das war so gut das war ich gut kommt klatsch und sie und was für ein level kommen sie überhaupt die zeit wo ihr beide lila gegen stelle die zeit wo ihr beide nina ich wollte ich wollte doch nur unser bestes ja es ist halt nicht so einfach wie es aussieht nicht mehr unterweist crazy shit nun kommen wir mal zum punkt Nein, krass. Die Neuschal-Ding ist so richtig. Ich zahlzweifung hier. Schön. Alter, streck dir immer die Züge aus. Sind wir fertig? Ich könnte zwar Schuryuken machen. Schuryuken. Du weißt. Übrigens, unser Win-Loss ist auf 9 zu 12, ne? Wir können es noch drehen.